Ich möchte meinem Vater einen Mercedes schenken, weil er sich im Leben nichts gegönnt hat und für uns gearbeitet hat. Und ich als ältester Sohn sehe es als Pflicht, ihm etwas zurückzugeben. Und Mercedes ist halt etwas Besonderes. Und dass ihm ein Mercedes gefällt oder gefallen wird, das hat er oft erwähnt.